Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 31. Und heute beschäftigen wir uns das zweite Mal in Folge mit dem Thema Ausrüstung, vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Konsum. Und zwar habe ich mir dafür einen Gast dazu geholt, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber wir sprechen heute über das Thema, was wir eigentlich noch wirklich kaufen müssen heute, in der heutigen Zeit des Bergsports. Und auch sprechen wir über das Thema der Kosten von Ausrüstung. Wie viel müssen wir eigentlich tatsächlich für Ausrüstung bezahlen? Was bezahlen wir denn da in Wirklichkeit mit? Und wer bestimmt vielleicht auch zum Teil mit, wie viel wir für Ausrüstung bezahlen? Aber jemand, der ganz frisch oder relativ frisch im Bergsport ist und das deshalb sehr, sehr gut beurteilen kann, weil er mit den neuesten Innovationen des Bergsports aufgewachsen ist, mehr oder weniger, den habe ich mir heute als Co-Moderator dazu geholt. Und er kann mir dann auch sicher gleich nochmal einiges dazu erzählen, wie er sich heute so eine Meinung darüber bildet, was man heute noch braucht und was nicht eine definitiv qualifizierte Stimme diesbezüglich. Das ist der Frederik, den ihr aus dem Jackenprojekt auch schon sicherlich kennt. Hallo Frederik. Hallihallo und hallo auch liebe Zuhörer. Wie schon Basti gerade gesagt hat, beschäftige ich mich seit vier Monaten etwa mit dem Thema Bergsport und versuche jetzt gleich mal meine Sicht aus Anfängerzeiten oder meine bisherigen Erfahrungen so ein bisschen in das Thema mit einfließen zu lassen. Wir haben da auf jeden Fall Unterschiede. Also es macht, glaube ich, einen großen Unterschied, ob jetzt jemand vor 30 Jahren mit dem Thema Bergsport sich beschäftigt oder sich jetzt 2021 das erste Mal damit auseinandersetzt. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema und ich versuche einfach mal meine Sichtweise ins Thema einfließen zu lassen, wenn es darum geht, die beste Kleidung oder die beste Ausrüstung zu finden. Ich denke, das Thema Jacke passt da auch ganz gut, weil das war eine Sache, die mich schon von Anfang an sehr fasziniert hat. Und wieso mich das Thema Jacken eigentlich so fasziniert hat, war bisher, dass es so viele unterschiedliche Materialien gibt, so viele unterschiedliche Technologien, wie es ja auch von den Herstellern oftmals heißt. Und als Beginner kann man da schon echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und sich einfach erschlagen fühlen. Kauft man sich jetzt eine Softshelljacke, eine Hardshelljacke oder reicht vielleicht nicht doch ein Midlayer und dann eventuell muss auch die Farbauswahl stimmen. Und wonach wir uns eigentlich orientieren bei einer Kaufentscheidung, ist vielleicht gar nicht mal so rational, als wir eigentlich immer denken. Wo würdest du sagen, informierst du dich am ehesten als jemand, der jetzt vielleicht von einer bestimmten Art eines Produkts keine Ahnung hat und die sich aber jetzt zulegen möchte? Wo würdest du sagen, informierst du dich am ehesten? Und vor allen Dingen, woran machst du fest, ob du mit dieser Information tatsächlich was anfangen kannst, ob du damit arbeiten kannst oder nicht? Also in puncto Informationsbeschaffung bin ich sehr vorbelastet. Ich komme aus der Gaming-Community, wenn man das so sagen kann. Und dort ist es immer sehr wichtig oder essentiell eigentlich, bevor man sich Hardware kauft, dass man sich darüber bewusst ist, was die eigentlich leisten kann. Möchte ich ein bestimmtes Spiel spielen in einer bestimmten Qualität, in einer bestimmten Auflösung, dann ist es wichtig, dass ich weiß, wie leistungsfähig die Grafikkarte zum Beispiel einfach ist. So, möchte ich Tonaufnahmen oder bin ich Musiker? Eventuell brauche ich dann vielleicht auch eine gute Soundkarte. In dem Fall habe ich mir sehr schnell angewöhnt, sehr, also direkt bei dem Hersteller nachzufragen oder einfach sich die Hersteller-PDFs halt herunterzuladen. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied heutzutage, dass die Informationen in drei Sekunden googeln eigentlich schon auf dem Tisch liegen und man sich danach, nach dem Durchlesen, schon direkt ein Bild machen kann oder das auch Side-by-Side vergleichen kann. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil, also alleine auf die Hersteller-Informationen zurückzugreifen. Der zweite Punkt ist, wenn es um die Einschätzung geht, klar, YouTube, zum Beispiel Alpen Academy hat in dem Fall mir, also das ist jetzt auch gar nicht mal als Werbung gemeint, sondern einfach jemanden, der aus Erfahrung spricht, der schon sehr viele Jahre im Werksport war, wo ich glaube, dass er weiß, was er über die Produkte erzählt, dass ich dort eine Person habe, an dessen Wissen ich mich quasi bereichern kann. Und ich glaube, dass das immer weniger geht, als jetzt einem, also wenn ich mich jetzt an einen Verkäufer wende, zum Beispiel in den heimischen Lover-Store. Da habe ich gleich auch noch mal eine Geschichte, eine ganz lustige, wer die hören will, da kann ich ja gleich mal von erzählen. Ja, aber woran, also du würdest sagen, unparteiische Leute sind natürlich die besseren Informationsgeber als die Leute, die dir das Produkt quasi verkaufen wollen, die Hersteller und Co., oder? Einerseits hast du oder ist der Hersteller verpflichtet, die Angaben zu machen, aber wenn es jetzt darum geht, ich gehe in einen Einzelhandel, der will mich natürlich mit irgendeinem Produkt rausspazieren sehen und am besten das, was er da hat. Ich denke, das war ja schon im letzten Alpcast ja auch ein Punkt, dass eventuell die richtige Beratung so gebogen wird, dass es gerade zum jetzigen Produktsortiment passt, was vorhanden ist. Ja, klar, ja. Aber jetzt wäre natürlich meine Frage, wie würdest du sagen, gehst du mit so neuartigen Fachbegriffen um, wenn irgendwo Hightech, Super Durable, whatever draufsteht, wo es quasi mehr Anglizismen gibt, als es eigentlich Materialien gibt, die verbaut werden. Wie würdest du sagen, ist das deiner Meinung nach eine Absicht oder würdest du eher sagen, dass es dich bei deiner Kaufentscheidung unterstützt, wenn du dir was Neues zulegst? Ich finde das eigentlich ziemlich schön, wenn so Hersteller so in ihrer Kreativität, also wenn man die Kreativität der Hersteller so sieht oder anhand dieser Bezeichnungen ableiten kann. Ich habe da zum Beispiel ein gutes Beispiel, und zwar die Dual-Density-Sohle von Mammut. So, das ist vom Mammut-Kento-High-GTX. Ich weiß nicht, darf man einen Produktnamen sagen? Ja, ja, ja. Okay, ja. Ein Scheißschuh, den habe ich reklamiert. Ich sage es nur. Nee, den habe ich wirklich reklamiert. Wegen einem Sohlenbruch. Also kann da mir abschließend kein Urteil momentan zu bilden. Naja. Auf jeden Fall, der zum Beispiel hat den Begriff Dual-Density-Sohle. Und keine Ahnung, was soll ich damit anfangen? Mammut gibt grundsätzlich sehr wenig Details zu ihren Produkten an. Was habe ich gemacht? Ich habe diesen wunderschönen Chatbot kontaktiert und nachgefragt, hey, was ist die Dual-Density-Sohle? So. Und was kam heraus? Ja, klar, Eva. So. Was soll es auch anderes sein? Ähm, aber da ist zum Glück, sind da zum Glück die Hersteller relativ kooperativ und die sagen dann einem schon, äh, was das ist. Auch, ähm, wenn es ein bisschen umständlich ist, keine Ahnung, sich dann irgendwie zehn Minuten da fortzusetzen und mit irgendeinem Chatbot zu schreiben, der einen dann wieder erstmal weiterleitet. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, wenn mir jemand mit Technologie kommt, da kommen wir zum Beispiel auch auf dieses Beispiel, was ich gerade angesprochen habe, hier besagter Lovastor, hab ich nach, wollte ich, da bin ich hin, wollte ein Kategorie C-Schuhe haben, er hat mir Kategorie B in die Hand gegeben, wohlwissend, dass, äh, der nicht, ähm, ähm, steigeisentauglich, also zumindest nicht halbautomatisch steigeisentauglich ist. Und, äh, sagte dann, ja, äh, die Technologie ist auch eine ganz andere, bla und so weiter, also hat er mit den Buzzwords um sich geschlagen. In dem Moment habe ich die einfach, einfach vollkommen ignoriert. Also, ich schaue aufs Paper, was kann der Schuh, wofür ist der, welche Normen erfüllt der und vergleiche dann auch sehr stark mit dem, was ich brauche oder wofür ich denke, dass ich den Schuh brauche oder nutzen werde. Aber was glaubst du, also wenn ich mir diese, diese ganzen Labels so ansehe und die Marken mir ansehe, wie sie ihre Produkte vertreiben und wie sie versuchen, mit neuen Fachbegriffen um sich zu werfen, um irgendwo nochmal ein Alleinstellungsmerkmal rauszubekommen, dann stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt als Kunde direkt zum Hersteller gehen muss, um zu erfahren, was für Materialien hinter einem Fachbegriff stecken oder welche Technologien, wenn man es jetzt ganz weit ausholen möchte, dahinter stecken, dann ist es doch eigentlich nicht so praktikabel. Da könnten die Hersteller doch grundsätzlich auch sagen, hey, wir haben hier eine EVO-Zwischensohle und wir nennen das nicht so und so Density. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was glaubst du, warum machen das die Hersteller? Warum tun sie sich den Aufwand an, dass sie den Konsumenten dann extra nochmal Auskunft geben können oder müssen, wenn sie es eigentlich auch viel einfacher lösen könnten? Warum heißt das Ding Dural Density und nicht EVA? Mein Bauchgefühl dazu, einfach weil man sonst merken würde, dass sich die Produkte an sich gar nicht so unterscheiden. Also ich denke, dass es international sehr wohl Produktstandards gibt oder, also international ist es so, wenn ich Materialien kaufe, dann wird es eine Entwicklung geben und die neuste Entwicklung setzt sich dann auf den Markt durch und ist dann für eine Zeit lang verfügbar und dort greifen dann die Hersteller drauf zu, quasi wie ein Pool und das sind dann immer dieselben Bälle. Natürlich, wie versucht man jetzt, dass die Kunden oder bisherige Kunden oder neue Kunden dann zur Marke greifen, dann versucht sich irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu erzeugen, zu generieren und dann würde ich es dann halt auch Dual Density nennen anstatt EVA. Das ist natürlich eigentlich eine wunderschöne Überleitung, denn wenn wir heute 10, 11, 12 Marken haben, die Schuhe herstellen und wir uns eigentlich darin wiedersehen, dass wir keinerlei Unterschiede mehr festmachen können an einem Kategorie-B-Schuh und dem anderen Kategorie-B-Schuh, dann bleibt natürlich die Frage übrig, was müssen wir denn heute eigentlich noch kaufen und von welchem Hersteller müssen wir es kaufen und was sind hier noch tatsächliche Unterschiede und vor allen Dingen, was müssen wir heute kaufen, um im Bergsport so sicher unterwegs zu sein oder so unterwegs zu sein, wie wir es uns selber vorstellen und wie wir dann letztlich tatsächlich unterwegs sein wollen und was bleibt am Ende des Tages nicht einfach nur ein bisschen Marketing-Sprech, um uns vielleicht doch nochmal einen anderen Schuh zu verkaufen oder nochmal eine andere Jacke oder wie auch immer hinterher zu schmeißen. Und ich finde, da bleibt meiner Meinung nach die erste große Frage stehen, was muss man heute einkaufen für den Bergsport? Da verbinde ich damit immer natürlich die unterschiedlichen Disziplinen, also ich brauche natürlich fürs Wandern eine gänzlich andere Ausrüstung als für einen Klettersteig und wieder eine gänzlich andere Ausrüstung für Hochtouren und natürlich auch etwas mehr. Die Frage ist natürlich nur, wenn ich jetzt einen Schuh produziere in Kategorie B und einen in Kategorie C und ich habe diese beide unter der Marke XY im Verkauf stehen und der Kategorie C-Schuh wirft etwas mehr Marge ab als der Kategorie B-Schuh, dann werde ich den Leuten tendenziell versuchen, den Kategorie C-Schuh schmackhaft zu machen mit den Worten, naja, man weiß ja nie, vielleicht macht man ja doch irgendwann mal Hochtouren und so weiter. Das heißt, eigentlich steckt da ja fast schon ein billiger Trick dahinter, wenn man solche Verkaufsmaschen nutzt, auch wenn ich jetzt natürlich nicht sagen möchte, dass alle die nutzen, aber dass es natürlich vorkommen kann. Die Frage ist also, was brauchen wir tatsächlich für den Bergsport und wollen wir nicht lieber das kaufen, was wir wirklich brauchen oder wollen wir das kaufen, wovon uns die Marken und Hersteller, naja, glauben machen wollen, dass wir es letztlich brauchen? Da wäre jetzt natürlich auch meine Frage an dich. Glaubst du, dass du, wenn du jetzt schon sagst, du hast in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen und mit Beratung gemacht, glaubst du, dass du die Gegenstände hast, die du heute brauchst oder glaubst du, dass du ziemlich, ich sag's jetzt mal salopp formuliert, Overkill unterwegs bist? Das Einzige, was ich noch brauche, ist eine Jacke und das wird die Alpen Academy Hardshell Jacke. In meiner ersten Einschätzung würde ich sagen, ich habe an sich nur das, was ich auch wirklich brauche. Darauf habe ich am Anfang sehr geachtet, weil ich direkt gemerkt habe, okay, verdammt, also klar, man guckt sich auf YouTube sehr, also verschiedenste Kanäle an, man ist dann vielleicht auf Instagram und sieht dann auch viele, viele Influencer mit dem, mit dem Petzelpickel, mit dem Summit oder Summit Evo und das sieht natürlich wahnsinnig spektakulär aus, ja, oder man, der eine, der sich wirklich für den Bergsport noch interessiert, der erfolgt ein paar Ikonen und das sieht natürlich ziemlich klasse aus und wahrscheinlich neigt man dazu, sich dann selbst profilieren zu wollen und dann gleich auszusehen, gleich professionell, ja, also eventuell möchte man sich ja auch beweisen und neigt man dazu, eventuell die Profi, also zu Profiausrüstung zu greifen. Das habe ich zum Beispiel beim Gaming gemacht, ja, also da habe ich sehr oft dann Hardware gekauft, die einfach sehr leistungsstark war, ja, einfach, weil es ist ja cool, sie zu haben, ja, dass ich mit dem Geld eventuell, also ich weiß nicht, noch andere Hobbys hätte finanzieren können, ja, ich weiß nicht, das war damals nicht so wichtig, aber jetzt im Bergsport, da habe ich das versucht, anders zu machen und bin dann einfach mal zu Decathlon hin und habe mir angeschaut, was leisten die? Ich wusste ja, Decathlon, der Sport-Discounter, wenn man so sagen möchte, was können die Sachen? Und ich weiß ja auch, dass die günstiger sind und wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, dann sehe ich da meiner Meinung nach kein Problem, da nicht doch zuzugreifen. Das ist auch im Prinzip der Punkt, den ich versuche in den letzten Jahren auch immer mehr umzusetzen oder auch mittlerweile über die Alpenmeer Academy etwas besser zu vertreten. Die Frage ist doch, wenn ich eine 600-Euro-Jacke habe und eine 200-Euro-Jacke und die nebeneinander halte und optisch vielleicht einen Unterschied im Design feststellen kann, aber vor allen Dingen keinen Unterschied in Sachen Imprägnierung, in Sachen Membran, in Sachen Komfort feststellen kann, vielleicht auch Zusatzfunktionen etc., dann muss ich mir eigentlich die Frage stellen, woher kommt der Preisunterschied? Und da muss man natürlich dann auch sagen, wenn ich überlege, was ich heute kaufen muss für den Bergsport und zwei gleichwertige Produkte zu unterschiedlichen Preisen habe, dann könnte man natürlich sagen, ich muss mir eigentlich für den Bergsport nur das kaufen, was im Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ausschaut und bei gleicher Funktion ist es natürlich immer das Produkt mit dem günstigeren Preis. Jetzt ist natürlich das Argument von vielen Leuten, naja, diese Produkte, 700-Euro-Jacken, 600-Euro-Jacken, die haben ja definitiv ihre Daseinsberechtigung. Die haben ja ihren Spezialanwender, der das definitiv brauchen wird und deshalb gibt es eine Daseinsberechtigung für diese Jacke und deshalb darf die auch einfach so verkauft werden. Ich denke aber, dass deutlich mehr Leute mit den Produkten des High-End-Bereichs unterwegs sind, als notwendig wäre. Und mein Gedanke dazu ist vor allen Dingen, wenn man das jetzt in vollkommen ausgedachten Zahlen formulieren würde, 90% der Leute kaufen sich Ausrüstung, die eigentlich nur für die 10% da sind, die sie tatsächlich brauchen und umgekehrt kaufen sich die 10%, die sie tatsächlich brauchen könnten, diese Ausrüstung. Oftmals aber auch Ausrüstung, die günstiger ist, weil sie eben auch so ein bisschen das Spiel dieser Kräfte, des Marketings durchschaut haben und wissen, dass es eigentlich gar nicht so viele Unterschiede gibt. Deswegen ist es fast schon irritierend oder absurd, wenn eine Marke, egal welche das jetzt ist, ob das Mammut ist, Edelrit ist oder VD ist, wie auch immer, wenn sie sich auf den High-End-Bereich konzentrieren und wenn sie das dann auch letztlich so vermarkten, denn am Ende des Tages erreichen sie damit eine Zielgruppe, die mit dem High-End-Bereich eigentlich gar nichts am Hut hat. Und die Leute, die High-End brauchen, die geben sich oftmals auch mit weniger zufrieden, weil sie wissen, dass in der Ausrüstung im Prinzip nicht unbedingt das Erlebnis steckt. Nicht unbedingt. Es kann natürlich auch sein, dass ganz günstige, ekelhafte Produkte das Ganze verschlechtern, aber in erster Linie kann man sagen, dass man mit einer Standard-Ausrüstung ja schon sehr, sehr weit kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich heute und ich habe diesen Vergleich vorher in der Vorbesprechung schon ein bisschen angedeutet, wenn ich heute in einer Autosreitschrift blättern würde und mir darüber Gedanken machen würde, was für ein Auto brauche ich eigentlich, um in die Arbeit zu kommen. Das ist ein typischer Vergleich mit dem Bergsport, denn ich sitze zu Hause und überlege mir, welche Schuhe ich brauche, um auf den Hochpfeiler zu kommen, beispielsweise das Berg. Dann ist das quasi das Panda dazu, wenn ich ein Auto brauche, um in die Arbeit zu kommen. Jetzt schaue ich mir Automagazine an und überlege mir, was brauche ich denn eigentlich für ein Auto, damit ich vernünftig und sicher in die Arbeit komme. Und dann wird da geschwärmt von Ferrari und Porsche und Lamborghini und dann habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil diese Autos kosten unfassbar viel Geld und sind eigentlich nicht in meinem Budget drin. Aber wenn die Autozeitschrift sagt, ich brauche das, dann ist das natürlich unverhandelbar. Dann muss ich eben mit viel Bauchschmerzen und die Kreditkarte nochmal überziehen, natürlich zum Porsche und zum Ferrari greifen. Dass auch ein VW oder ein Datscher mich sicher zur Arbeit bringen würde, also den Zweck des Kaufs per se erfüllt, das wird in der Autozeitschrift eher nicht so gerne gesehen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, habe ich damit eigentlich mein Ziel erfüllt, wenn ich mir den Ferrari gekauft habe oder habe ich mir eigentlich damit nur selber ins Knie geschossen, weil ich unterm Strich auch viel, viel günstiger exakt den gleichen Effekt erhalten hatte. Und da würde mich deine Meinung dazu interessieren. Also ich könnte, man könnte ja schon danach sagen, dass Marken sich halt durch Unwissendheit finanzieren, ja. Klingt jetzt natürlich mega obvious, ja. Aber wenn natürlich gerade die völlig, also die Spitzensportler, die sich der technischen, ihrer, also ihrem Bedarf halt bewusst sind, einfach bessere Kaufentscheidungen treffen können, weil sie einfach schon lange in dem Segment sind, dann handelt es sich natürlich dann einfach um eine Intransparenz, ne. Also für die Leute, die gerade anfangen und dann eventuell das Marketing sehen, die Leute halt verfolgen und dann halt die Pro-Ausrüstung dann natürlich dann tragen, dann quasi mit der Meinung in den Sport oder wohin auch immer oder in den Arbeitsmarkt dann halt gehen, dass ich halt diese Hose, diese Jacke, dieses Auto letztendlich brauche. Und ich denke, das hat auch viel was mit Bequemigkeit zu tun. Man, also ich habe schon ein wenig Verständnis dafür, da es für bewusste Kaufentscheidungen oder grundsätzlich für Entscheidungen in der heutigen Zeit einfach eine hohe Selbstständigkeit braucht, ja. Damit meine ich, man ist mit Informationen erschlagen, sei es jetzt nicht mal irgendwie produktspezifische Sachen, ja. Oder es geht da schon los, welche Versicherungen brauche ich, etc. Oftmals erhofft man sich weniger, also Zeit gegen Geld zu tauschen, ja. Das kann ich mir auch noch vorstellen, dass man nicht die Zeit hat, sich damit zu befassen, sondern gerade auf schnelle, kurze Aussagen dann zurückgreift, denen man dann vertraut und dann das einfach mal macht. Meistens ist es ja sogar so, dass die Sachen eventuell gar nicht mal so sehr im Geldbeutel wehtun, sondern dass man die sich ja wohl leisten kann und es sind dann, ja, mehr Ausgaben, die man hätte verzichten können, aber es summiert sich dann letztendlich dann am Ende, wenn man alle Sachen zusammen hat. Ja, und an dem Punkt kann ich auch nicht verstehen, warum Leute dann oftmals argumentieren, naja, ich habe ja das Geld, also ich verdiene ja meine 5.000, 6.000 Euro im Monat, da ist es mir ja wurscht, ob ich jetzt hier die 700-Euro-Jacke habe oder die 200-Euro-Jacke, ich kann es mir ja sowieso leisten. Ich bin bei dem Argument ehrlich gesagt raus, auch wenn ich keine 6.000 Euro im Monat verdiene, verdiene natürlich viel, viel mehr, aber dann bin ich insofern raus, als dass diese Leute sich das damit doch nur schönreden, weil ich kann ja mit dem Geld dann einfach andere Dinge machen. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre es einfach egal, dass jetzt ein Mehrpreis von 400% verschwunden ist. Ich glaube, dass die wenigsten Bergsportler in den Sphären leben, dass sie einfach einfach irgendwas kaufen, weil es komplett wurscht ist. Also man kann ja dann genau das Geld, was man gespart hat, einfach auch von mir aus in den nächsten Ferrari stecken, es ist ja egal, aber solange die... Um damit nach Hause zu fahren. Um damit nach Hause zu fahren oder wieder zur Arbeit zu fahren, genau. So schließt sich der Kreis. Aber am Ende des Tages ist es doch eine vollkommene, vollkommen absurde Aussage zu sagen, es ist mir egal, ob ich jetzt hier mehr oder weniger Geld für die gleiche Qualität sei, ich könnte ja das Geld einfach dann in eine andere, meinetwegen Sinnlosigkeit stecken. Wobei ich mich hier ja frage, wie viel oder wie stark haben es die Marken eigentlich in den letzten Jahren geschafft, uns das Bild zu vermitteln, dass es nur cool ist, wenn ich mit einer Orthovox Westalpen oder was auch immer jetzt auf den Hochtouren unterwegs bin und auf der Hütte sitze. Und inwiefern gibt es im Bergsport überhaupt schon Statussymbole? Weil wenn ich das jetzt mit der Handyindustrie vergleiche, wo es einfach in den 10er Jahren extrem geil war, wenn man ein Smartphone von Apple gehabt hat und nicht eins von, keine Ahnung, irgendeinem China-Hersteller, dann war das einfach ein Statussymbol. Wer Apple hat, der kann sich's leisten. Ja, das ist es ja bis heute mehr oder weniger. Und deshalb frage ich mich, ob es nicht auch im Bergsport mittlerweile den Trend dazu gibt, dass die Leute mit Orthovox natürlich auch so ein bisschen ein Statussymbol dazu kaufen. Absolut. Also ich denke, das trifft, also da befinden wir uns, also da befinden wir uns nur ein natürlich jetzt in diesem gesellschaftlichen Teil, ja, Gesellschaftskritik. Aber total, also das bezieht sich ja oder begrenzt sich ja nur nicht, also nicht nur auf den Bergsport, sondern wenn ich in die Fußgängerzone schaue, wie viele halt Tommy Hilfiger Hosen tragen oder Calvin Klein Boxershorts oder so. Ja mei, also Status spielt immer eine Rolle, ja. Also in jedem Lebensbereich könnte man schon sagen. Ich bin jetzt nicht, ja, gut soziologisch ausgebildet, zumindest jetzt nicht so, dass ich jetzt darauf eine klare Antwort geben kann. Aber ich denke mal, wir wollen wer sein. Und wenn wir in den Bergen unterwegs sind oder einfach mit Leuten unterwegs sind, wir treffen andauernd neue Menschen, dann möchte man ja vielleicht einen Eindruck generieren, der zu seinem Selbstverständnis halt passt. Und wenn ich Calvin Klein unter Boxershorts trage oder Tommy Hilfiger Oberteile oder eine Mammut Nordwand Pro, dann kann es ja sein, dass das vielleicht andere beeindruckt. Und das tut es wahrscheinlich auch, ja. Also wenn mich jemanden, also wenn mich einer wahrscheinlich trifft mit so einer Nordwand Pro, der hat sich vielleicht auch angeschaut, ja, dachte mir aber, nee, das bin ich nicht bereit. Aber dann sieht er jemanden. Mensch, wie ist denn die Jacke? Na, oder keine Ahnung, stark oder du bist ja unterwegs, wer weiß. So ist mir noch nicht passiert, weil ich keine Nordwand Pro habe. Aber wenn ich jemandem begegnen würde, ich würde die Sachen fragen, weil ich habe es mir angeschaut so. Und an sich designtechnisch, was auch noch, glaube ich, ein Punkt ist, über was wir sprechen sollen, sollten Thema Design, weil ich glaube, durch das Design an sich kann man wahrscheinlich sehr viele Kunden ansprechen. Dann ist dann vielleicht der Preis auch egal, ja, wenn, weil einfach sehr wichtig ist, wie etwas aussieht, nicht nur die Marke. Aber ich wäre zum Beispiel sehr interessiert an dieser Person, die die Nordwand Jacke trägt und vielleicht fühlt sich die Person dann bestätigt. Das kann natürlich sein, ja. Die Frage ist natürlich in Bezug auf Status und man will wer sein, wie du sagst, dass man auch darüber nachdenkt, strahlt eine Marke oder strahlt viel teurer Ausrüstung eigentlich mehr oder weniger Kompetenz am Berg aus? Und ich glaube, wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, dass nur weil jemand 500 Euro, 600, 700 Euro Ausrüstung an seinem Körper trägt, schlechter oder besser unterwegs ist oder kompetenter wirkt. In erster Linie interessiert mich da die Kompetenz, denn ich vergleiche das gerne mit den Bildern, die man oftmals in Ostösterreich oder auch in der Tatra sieht. Da ist das wahnsinnig spannend, denn da sind die Leute unfassbar rustikal unterwegs. Also da gibt es keine Klettersteig-Sets, sondern oftmals sieht man einfach nur zwei kurze Seilstücke, die mit Karabiner dann einfach in den Drahtseilen verwendet werden und somit, die haben einfach keine Kohle für Klettersteig-Sets, die sehen da keine Notwendigkeit. Die haben Schuhe, die sind quasi schon fünfmal auseinandergefallen und wurden halt dann wieder zugeklebt und das sieht man ihnen auch sehr gut an. Und die sind auch nicht mit der Bergsporthose unterwegs, sondern mit der Arbeitshose und nicht mit dem Super-Funktions-Merino-T-Shirt, sondern eben mit dem Hemd. Weil sie einfach auch nichts anderes haben, weil sie nicht die Notwendigkeit dafür sehen. Das sind teilweise unfassbar begabte Bergsteiger, die Tschechen und die Slowaken und die sind auf unfassbaren Touren unterwegs mit dieser Ausrüstung und natürlich kann man hier argumentieren, ja, ja, sicherheitsrelevant, das ist alles unsicher, was die da machen. Und da muss ich zustimmen, das ist absolut richtig. Aber sie strahlen dadurch trotzdem eine Kompetenz aus, dass sie es trotz der Ausrüstung auf diese Berge schaffen. Und wenn wir dieses Bild wandeln können, dass wir sagen, hey, diese Leute schaffen es mit minimalster Ausrüstung oder mit der rustikalsten Ausrüstung, trotzdem sicher unterwegs zu sein und die kommen rauf und wieder runter, finde ich das meiner Meinung nach viel beeindruckender, als wenn es jemanden gibt, der mit High-End-Montur, 5000 Euro Ausrüstung irgendwo es auf einen Berg und wieder runter schafft. Er hat mehr Geld dafür ausgegeben, meiner Meinung nach lässt ihn das aber nicht ansatzweise kompetenter erscheinen als jemanden, der kein Geld oder nur wenig Geld dafür ausgegeben hat. Aber was ich dabei jetzt nochmal sehr interessant finde, ist der Einwand, den ich oftmals per Mail auch, aber auch in den Kommentaren kriege. Ja, aber die Marken, die so teure Ausrüstung verkaufen, die achten auf Nachhaltigkeit und die achten auf gute Behandlung der Produktionsmitarbeiter. Die achten darauf, dass die Lieferketten überall jeder super fair bezahlt wird und dass das Ding mindestens 16 Zertifikate hat und so weiter. Meiner Meinung nach steht das in einem unfassbaren Kontrast zu den Made-in-China-Labels, Made-in-Vietnam-Labels und Made-in-Taiwan-Labels, die alle, und da bin ich vor allen Dingen jetzt bei den ganz, ganz großen Marken, die alle diese großen Marken in ihrer Kleidung tragen. Da frage ich mich, wie können sich das die Leute eigentlich noch schönreden, dass sie wirklich glauben, dass eine Jacke, die Made-in-China ist und eine andere Jacke, die Made-in-China ist, tatsächlich noch unterscheidbar ist in ihren Produktionsbedingungen. Ist es nicht am Ende des Tages nur das Blabla der einen Marke, auf das die andere Marke aufgrund von Kostengründen dann eben verzichtet, dass wir glauben, dass die eine Marke sich wahnsinnig für die Nachhaltigkeit einsetzt und die günstige einfach nicht, obwohl bei beiden Made-in-China draufsteht? Also ich glaube, beim Thema Marken und Zertifizierungen ist natürlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine Menge Greenwashing am Start. Ich glaube, da geht es oftmals darum, den Konsumenten halt eine Sicherheit zu wiegen oder dem Konsumenten die Kaufentscheidung halt noch etwas leichter zu machen, da ja Nachhaltigkeit immer mehr oder zu Recht auch immer wichtiger und immer tiefer in die Gesellschaft, in unsere Entscheidung quasi immer mit einfließt. Wir regen uns über die Plastikverpackung im Supermarkt auf, über die einzelnen verpackten Bananen oder was auch immer. Und das ist auch richtig so. Und ich denke auch, dass es beim Thema Lieferketten oder bei den Produktionsstandards oftmals Labels gibt, die teilweise ja auch von den Herstellern selber stammen, ja, die ja dann ein Label selbst erfunden haben und sich dann auch dementsprechend ihre Kriterien selbst stecken können, diese dann wie durch Wunder alle erfüllen. Und das wird dann alles ein, ja, und das ist dann immer alles ein Heidenaufwand. Und ich glaube nicht, dass bei den meisten Labels da wirklich eine Veränderung stattfindet. Aber wie gesagt, nachprüfen, man müsste selber vorbeifahren und sich das anschauen, ja, sich ein Unternehmen raussuchen und sich dann das Zertifikat raussuchen, unter was die produzieren und das dann mit der Realität dann abgleichen und checken, ob es dann auch wirklich so ist. Es gab sehr viele, also es gab mehrere Unfälle, also in der Kleiderindustrie. Das war ja, glaube ich, dann in Indien. In Bangladesch auch, ja. Bangladesch, ja, genau, wo das Haus eingestürzt ist und wo sich dann auf einmal H&M und andere Marken sich dann auf einmal rechtfertigen mussten. Und ja, wir wussten nicht und das war ja alles gar nicht so geplant. Natürlich ist das geplant. Also in dieser Industrie ist nichts nicht geplant, ja. Da steckt Geld drin. Und da finde ich es aber hart, dass man als Konsument einfach sagt, ach so, na dann, wenn das nicht geplant war, ja, dann gehe ich morgen natürlich zu H&M. Ist ja scheiße, dass die da jetzt einen Produktionsstandort verloren haben. Also da finde ich es gerade aber bei den ganz großen Herstellern krass, wenn dann tatsächlich so eine richtige Armee an Verteidigung anrückt und sagt, hey, ja, also ihr habt ja keine Ahnung, was ihr hier sagt, weil die sind ja nur deshalb so teuer, weil sie auf faire Produktionsbedingungen achten. Wo ich aber mir als erstes mal denke, ey, beweis mir doch erstmal, dass die faire Produktionsbedingungen haben, weil das kann mir meiner Meinung nach kein einziger Hersteller wirklich beweisen. Also sie können natürlich sagen, hey, wir sind teuer, weil wir super fair herstellen. Aber ich finde, wenn das nicht zu 100 Prozent belegbar ist und auch nicht nach, also vor allen Dingen nachprüfbar für den Laien, für den Konsumenten ist, dann ist das in erster Linie für mich bla bla. Aber es ist meiner Meinung nach beeindruckend, wie leicht die Leute dann auch sagen, nee, also das glauben wir. Also wenn das der Hersteller sagt, dann wird das stimmen. Ja, ich glaube, es macht dann auch einen großen Unterschied, ob wir uns jetzt, auf welche Zertifikate, wir uns jetzt verlassen, sind das jetzt staatliche oder, ne, doch, staatliche Zertifikate? Deutschland, das deutsche Lieferkettengesetz oder sind das EU-Normen, die gewisse Standards vorschreiben oder sind das letztendlich die Vorgaben eines Herstellers? Also ich finde, da kann man, ich finde, da kann man doch schon unterscheiden. Ich würde pauschal sagen, alles, was ein Hersteller einfach von sich aus sagt, ohne es irgendwie zu belegen, wenn es auf einer Homepage steht, das wurde zu, weiß ich nicht, 50% aus recycelten Padflaschen produziert, dann würde ich sagen, ja, okay, fair enough, aber wie soll ich das jetzt nachprüfen? Oder ist das jetzt einfach nur, schreibt ihr das einfach nur, weil ihr das jetzt schreibt? Ist das jetzt einfach nur so, weil ihr das sagt oder könnt ihr das irgendwie auch belegen? Und wenn ich mir diese Frage nicht bei jedem Feature stelle, dann werde ich eigentlich zu einem ziemlich manipulierbaren Konsumenten, oder? Total, aber gut, ist man das jetzt nicht jetzt schon zu einem gewissen Grad? Also jeder wahrscheinlich mehr oder weniger, das unterscheidet sich wahrscheinlich doch schon von Person zu Person sehr stark. Also man ist da vollkommen angewiesen auf die Angaben des Herstellers und mich als Konsumenten, also wie gesagt, ich mache, also habe mir da auf jeden Fall viele Gedanken darüber gemacht, wie kann man der Umwelt nicht zu Last fallen? Geht auf jeden Fall nicht. Ich glaube, vom DRV im Magazin gab es da einen ähnlichen Beitrag, CO2-Fußabdruck vermindern, wie viel Material brauchen wir da eigentlich? Und letztendlich, wenn man den Gedanken zu Ende spinnt, dann ist man am besten erst gar nicht geboren, so geht es natürlich dann auch nicht. Aber irgendwie versuchen das halt zu minimieren. Aktuell sehe ich da irgendwie keine wirkliche Alternative, außer man schenkt halt das Vertrauen in Marken. Also wenn ich jetzt mir bei Autovox mir die Merino-Wollhandschuhe kaufe, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass die Wolle auf jeden Fall von Schafen kommt, die halt nicht tierquälerisch geschoren wurden. Genau. Die Frage ist nur, ob wir uns das selber so rechtfertigen können, den höheren Preis. Denn das ist ja oftmals das Argument der verteidigenden Konsumenten, aber auch der Hersteller selbst, dass sie sagen, ja, wir sind teurer, weil wir andere Produktionsstandards haben, vielleicht sogar höherwertige Qualität anbieten können und so weiter. Erstmal fehlt es mir hier in einem Vergleichswert als Konsument eigentlich. Ich finde, das sollte man ganz kritisch beäugeln, wenn jemand sagt, hey, wir sind teurer, weil wir eine höhere Qualität bieten. Ja, aber das kann ja jeder Hersteller sagen. Also das ist ja eine Aussage, die einfach nicht einfach so leicht belegbar ist. Und außerdem finde ich, sollte man grundsätzlich, wenn ein Hersteller sagt, hey, übrigens, ich bin nachhaltig und übrigens, ich bin nur deshalb teurer, weil ich nachhaltig bin und ich bin auch nur deshalb teurer, weil meine Qualität ungefähr zehnmal so hoch ist, dann würde ich als Konsument als kleine Empfehlung von mir jetzt oder meine persönliche Meinung sehr, sehr kritisch werden oder mal sehr viel genauer hinschauen. Denn man muss ja schon bedenken, dass der Hersteller auch ein gewisses Interesse logischerweise daran hat, seinen Scheiß zu verkaufen. Also könnte man das jetzt auch so sagen, natürlich wird einem der Fuchs nicht sagen, dass er die Gans fressen wird, sondern der Fuchs wird einem sagen, du, pass auf, die Gans, an der habe ich überhaupt kein Interesse, die lasse ich in Ruhe, du kannst ruhig wieder gehen, ich kümmere mich um die Gans, die wird morgen sicher noch leben. Und dann würde ich dem Fuchs erstmal eher nicht vertrauen. Und genauso ist es eigentlich auch bei den ganzen Bergsportartikeln. Wenn mir ein Hersteller sagt, dass seine Marken qualitativ die besten sind und sich dadurch der hohe Preis rechtfertigt, dann würde ich erstmal sagen, naja, Moment, natürlich sagst du das. Was hast du denn auch für eine Wahl? Willst du mir erzählen, dass das alles die Kosten fürs Marketing sind oder? Dann habe ich ja nichts davon. Du musst mir natürlich einen Mehrwert auch irgendwie verkaufen können. Ist ja eigentlich schon ziemlich scheinheilig, oder? Ja, und deswegen ist ja auch das Projekt Jacke, also das ist ja genau der Gedanke, weswegen das Projekt Jacke so entstanden ist, wie es entstanden ist. Einfach dem Misstrauen gegenüber manchen Herstellern, wer auch immer das sein mag, dass die Qualität zu 100 Prozent oder dass der Preis zu 100 Prozent mit der Qualität gerechtfertigt werden kann. Das glaube ich nämlich nicht. Also die Jacken werden schon lange nicht mehr in Europa hergestellt. Wir wollen jetzt ja nicht irgendeinen Hersteller hier direkt mit in Verbindung bringen, aber in Europa gefertigt, sondern ebenfalls in China und Taiwan und die Produktionsbedingungen dort, die sind so effizient oder wahrscheinlich nicht überall, nicht jeder wird so, nicht jede Firma oder Schneiderei dort wird so hochtechnologisiert arbeiten, aber schon sehr viele. Und wenn, dann legen die richtig los. Und einerseits müssen, also klar, es gibt da wahrscheinlich verschiedene Qualitätsstufen, die man bezahlen kann, aber wenn man sich da, wenn man da an die richtige Firma gekommen ist, dann glaube ich nicht, dass die bei uns dann einfach ein Tape zum Beispiel für die Nähte anbieten, was einfach schlechter ist. Also ich glaube auch bei Markenherstellern, die verbinden ja mit ihrer Marke ja noch ganz gerne andere Marken, ja. Also wenn man sich die Nordwand Pro hernehmen mag, da ist ja nicht nur Mammut hinter, da ist ja, sondern genauso gut da auch Gorotex hinter, ja. Das ist ja auch eine Markenmembran, ne, die ihren Namen sich mit der Zeit gemacht hat. Da ist dann, dann sagt man YKK, ne, zum Beispiel die stellen dann Reißverschlüsse her, die sich mit der Zeit schon bewährt haben. Und so versucht man das halt immer mehr halt zu kombinieren, sodass man sagen kann, hey, wir setzen auf Top-Notch-Materialien. Und weil wir die vollen 100 Prozent brauchen, ne. Alles andere, äh, weiß nicht. Wir nehmen halt nicht Gorotex, sondern die BenQ-Membran, die wahrscheinlich dann statt 28.000 Millimeter Wassersäule dann nur, in Anführungsstrichen, 20.000 Millimeter leistet. Dafür dann aber 100-aus-hundertprozentig, wenn man dem so glauben schenken mag, 100-prozentig, ähm, 100-prozentig PET-Flaschen besteht. Dann reicht das ja nicht mehr für die 100 Prozent. Und, äh, ja, so kombiniert man das halt ganz gerne und verlangt, also, ja, rechtfertigt das dann letztendlich über den Preis. Obwohl die Herstellung an sich, da würde ich jetzt mal dran zweifeln, dass das jetzt irgendwie sehr viel an Kosten irgendwie ausmacht, ne. Also, guckt die Kaffeeplantagen an. Ja, genau. Eigentlich ist es ja so eine Bestätigungsspirale, ironischerweise. Die eine Firma ist froh, dass sie, also, präsentiert stolz ihren Mehrwert darin, dass sie mit einer anderen Firma zusammenarbeitet und die andere Firma rechtfertigt ihre Preise dann wiederum damit, dass sie mit Firma A zusammengearbeitet haben und so weiter. Und so können sie sich gegenseitig natürlich wahnsinnig toll hochschaukeln. Dabei bleibt aber eigentlich eine Frage über. Wenn die Qualität nicht der Grund für den Preis sein kann, weil wir schließlich heute auch günstige Produkte haben, die qualitativ einfach mit den teuren mithalten können und das ist heute zum Leidwesen der hochpreisigen Hersteller. Einfach kein Geheimnis mehr. Wo stehen dann die Kosten eigentlich versteckt? Das ist doch eigentlich die Frage, die man, die sich jeder Konsument stellen sollte und unter die man jetzt definitiv eine Antwort schreiben muss, um das Ganze, was wir jetzt in den letzten 35 Minuten besprochen haben, auch irgendwie rechtfertigen zu können. Weil wenn wir jetzt die ganze Zeit nur sagen, na gut, die teuren Marken, die haben keine Daseinsberechtigung, günstig geht dieselbe Qualität und so weiter und so fort. Was wir ja eigentlich mit dem Projekt Jacke mehr oder weniger fast schon beweisen wollen. Da muss man natürlich irgendwo unterm Strich auch die Frage zulassen, warum, warum kosten diese Jacken oder diese Produkte, Schuhe, ist doch vollkommen egal was, dann eigentlich so viel mehr Geld. Ich glaube, dieselbe, dieselbe Antwort passt auf die Frage, wieso werden so viele Seilbahnen gebaut? Ja, weil sie bedient werden. Also gerade in Corona-Zeiten hat der Bergsport einen erheblichen Zulauf bekommen. Ja. Und keine Frage, ich stecke da genauso in der, ich bin genauso ein Corona-Bergsportler, wenn man das vielleicht so definieren mag. Ja. Und da kommen einfach neue Leute in den Markt. Ja. Und natürlich rechnet sich das dann. Also andererseits kann man es, kann man es den Firmen verübeln, wenn sie doch nur Geld machen wollen. Ja, wir alle wollen doch steinreich werden und ein Lamborghini. Naja, aber das Interessante ist ja, der Konsument hat ja nichts davon. Also der Konsument hat am Ende des Tages nichts davon, wenn Jacke A und Jacke B exakt die gleichen Materialien und die gleiche Qualität verarbeitet und dann aber einen Preisunterschied von 300% mit sich bringt. Da hat der Konsument nichts davon, wenn er die 300% mehr bezahlt. Also kann es zum Beispiel sein, und das höre ich ja auch oft, dieses Argument, naja, die teuren Marken, die haben ja unfassbar hohe Marketingkosten, die haben unfassbar hohe Logistikkosten, die haben unfassbare Entwicklungskosten, da stecken ja 100.000 Stunden, wenn nicht Millionen Stunden Entwicklungszeit in einem einzigen Produkt drin. Und das alles, das müssen sie ja dann, das ist ja ein großes Minus, in das sie da gehen und das müssen sie ja dann irgendwie wieder reinbringen und deswegen ist das alles so teuer. Wo ich mir aber dann die Frage stelle, hat der Konsument etwas vom ganzen Marketing? Nein. Hat der Konsument etwas von fünf Millionen Stunden Entwicklungszeit, wenn es ja offensichtlich mit weniger auch funktioniert? Auch nein. Und das Argument, dass man mit günstigen Produkten die Innovation nicht weiter voranbringt, dass ich, das lese ich auch sehr oft unter meinen Videos, ein günstiges, oder wenn ich so Discounter fördere, dann fördere ich nicht die Innovation, denn die Innovation, die kostet immer viel Geld und die kommt immer nur von den großen Herstellern. Ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Ich glaube, wenn man den großen Herstellern, diesen Platzhirschen auch mal irgendwo zu verstehen geht, hey, wir haben verstanden, dass wir hier nur von Mehrkosten im Bereich des Marketings sprechen, von dem wir einfach nichts haben als Konsumenten, dann müsst ihr euch jetzt auch mal wieder was Neues einfallen lassen. Weil ich persönlich, als Sebastian von der Alpen Academy, bin ja grundsätzlich sogar bereit, 700 Euro ferne Jacke zu bezahlen, wenn sie so unfassbar signifikante Unterschiede mitbringt, dass sie mir 600 Euro oder 500 Euro auf Preis wert ist. Aber an dem Stand sind wir ja heute nicht mehr. Insofern glaube ich nicht, dass wir mit unserem Handeln als Discount-Propheten, der ich ja auch nicht bin, weil ich auch sehr viel hochwertige Markenkleidung zu Hause herumliegen habe, der ich aber vielleicht in den letzten Wochen so den Anschein mache zu sein, dann ist es aber trotzdem, ja, die Sache der hochpreisigen Hersteller zu sagen, warum wandern denn die Leute zum Discounter und nicht zu sagen, hey, ihr Bösen wandert zum Discounter, jetzt können wir nicht mehr innovativ sein. Das ist in meinen Augen Blödsinn. Ja, also bisher hat ja immer, also Innovation hat ja immer Diversität vorangetrieben, nee, Diversität hat Innovation vorangetrieben, so rum, ja. Also ich habe da wieder leider auch nur ein Beispiel aus der Chip-Herstellung, ja. Ich weiß ja nicht, wer es verfolgt hat, aber die Firma Intel als Beispiel, die hat sich jahrelang auf ihre Monopolstellung halt quasi ausgeruht, quasi damit gebrüstet und dann kamen halt andere Hersteller, die dann auf einmal doch bessere Chips geliefert haben und Intel gerade daran echt zu knacken, weil sie leistungstechnisch echt hinterherhängen. Damit will ich einfach nur sagen, also Innovation wurde noch nie durch eine Monopolstellung irgendwie vorangetrieben. Eine Monopolstellung dient halt dazu, seinen Profit halt zu maximieren. Und ich finde es gut, dass halt ebenfalls Marken auf dem Markt sind, wie, ich glaube, Salewa könnte man schon als solche beschreiben, die schon eher die Funktion der Kleidung halt im Vordergrund haben. Also ich meine ja, also ich kritisiere halt nicht, dass halt Kleidung nichts kosten darf, ja. So ist es nicht. Der Meinung bin ich auch nicht. Genau, aber dass halt der Preis auf jeden Fall der Leistung entspricht und das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt. Also ist natürlich Informationsbeschaffung für die, also wahrscheinlich nicht nur im Bergsport, sondern grundsätzlich, wenn wir das auch so sagen können, in einem Zeitalter leben, wo das Individuum immer mehr Verantwortung für seine oder für seine Information halt übernehmen muss, sich die quasi selbst beschaffen muss. Dann ist also quasi die wahrscheinlich digitale Informationsbereitstellung ja wahrscheinlich in nächster Zeit ja ein sehr lukratives Geschäft, könnte ich mir vorstellen. Also wenn sich sachkundige oder sachkundig werdende Leute mit den Produkten beschäftigen und dann halt ihre Sichtweise darauf abgeben können. Das kann man am Ende des Tages nur hoffen, weil es, aber es wird ein schwieriges, es ist ein schwieriges Feld definitiv, denn man hat natürlich viel Kapital stehen, man hat viel Konkurrenz dem entgegenstehen, die sagt, naja, aber wir könnten ja im Zweifelsfall darunter leiden als Hersteller. Deswegen, ich glaube, das wird hart. Das ist, glaube ich, ein harter, das ist eine harte Schlammschlacht. Genau, ich denke, da wirken einfach die Kräfte gegeneinander, da natürlich das Marketing und die Marge natürlich von so einer eher undurchsichtigen Informationsbereitstellung natürlich maßgeblich profitiert und auch unheimlich wichtig ist. Das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auch darüber nachdenken, wie Marken funktionieren. Es ist wahnsinnig wichtig, darüber nachzudenken, wie Hersteller eigentlich ihre Produkte tatsächlich am Ende des Tages vertreiben wollen und was für eine Rolle wir als Konsumenten da einnehmen. Ob wir tatsächlich die informierten Bürger sind, wenn wir uns beim Hersteller informieren oder ob wir doch nicht so gelenkt werden, dass wir dann am Ende des Tages einen Bedarf haben, den wir eigentlich vorher gar nicht gehabt haben. Und spätestens dann sollte man darüber nachdenken, ob der Bedarf wirklich mein Bedarf ist oder es nur der Bedarf des Herstellers ist, einem das zu verkaufen, was man gerade eben loswerden will. Aber ich möchte dir natürlich jetzt hier nochmal das Schlusswort anbieten, weil du das erste Mal hier bist. Deine Zusammenfassung für dieses Thema. Meine Zusammenfassung wäre oder würde lauten, dass es eine gute Gelegenheit ist, gerade als Konsument oder durch das Internet, Digitalisierung, Buzzword, dass der Konsument immer bessere Möglichkeiten hat, sich seine Informationen halt selbst zu beschaffen oder zu recherchieren. Dass das eventuell je nach Thema auch nach hinten losgehen kann, sieht man auch während Corona, dass die Eigenrecherche manchmal nicht das beste Mittel ist. Aber um beim Bergsport zu bleiben, glaube ich, hat der Konsument gute Chancen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, dort nachzuschauen. Und ich finde, man sollte die Leute motivieren, das auch wahrzunehmen, jetzt auch wirklich sich damit dann auseinanderzusetzen, falls sie wirklich die Frage sich stellen, taugt das Produkt, taugt das Produkt nicht? Ich denke, dass eigenverantwortliche Entscheidungen grundsätzlich immer wichtiger werden. Da sind Leute wie Alpen Academy, glaube ich, auch unheimlich wichtig oder andere YouTuber, die Artikel vergleichen, weil sie einfach deine Expertise in den Raum stellen, mit dem der Kunde dann oder die Person dann selbst schauen kann, was sie mit der Information macht. Also grundsätzlich geht es darum, Eigenständigkeit zu trainieren und letztendlich dann auch eigene Entscheidungen, also zu lernen, eigene Entscheidungen dann quasi zu treffen und dann auch abzuwägen. Das ist eine wunderschöne Zusammenfassung eigentlich und ein wunderschönes Plädoyer zum Schluss. In diesem Sinne würde ich sagen, danke dir, Frederik, fürs Teilhaben an der Diskussion. Ich danke dir und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder beim nächsten Alpcast. In diesem Sinne, wie immer, eine wunderschöne Zeit und werkeil. Ciao, ciao.